...die jetzt kommt, die fordert geradezu da raus, heraus Wunderkerzen anzustecken. Von vielen Künstlern weiß man ja nicht so genau, ob sie nun wirklich das meinen, was sie singen bei ihm. Glaube ich, kann man ganz sicher sein. Er sieht so aus und man merkt, dass er dahinter steht, hinter dem, was er macht. Und hier ist er, Chris Ria. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020